Einmal starten wir mit Ophelia Nick, sie hat das Buch geschrieben Neue Bauern braucht das Land und kämpft auf verschiedenen politischen Ebenen für eine andere Landwirtschaft. Sie ist bei den Grünen, sie kandidiert für den Bundestag, sie ist Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft bei den Grünen und gerade auch dabei einen Think, Feel and Do Tank zu gründen für eine bessere Land- und Lebensmittelwirtschaft. Ich freue mich, dass du da bist, vielen Dank. Dann haben wir Tobias Kaya hier bei uns, live zugeschaltet aus Portugal, wo er auch gerade ordentlich den Boden umwühlt. Er ist der Geschäftsführer der Höfegemeinschaft Pommern und hat die Biobodengenossenschaft mitgegründet in Hohen Norden, in Mecklenburg-Vorpommern. Viele Studis von der Gesanus-Schule haben ihn auch schon dort besucht und können immer wieder erstaunen, was er dort alles auf die Beine stellt. Auf dem Land, aber auch sozusagen letztendlich auch Kultur- und gesellschaftspolitisch dort oben. Sei es über Stipendienprogramme, den Weltacker und so, da wird er uns bestimmt gleich mehr erzählen. Dann freue ich mich über Christian His, der das Konzept der Regionalwert AG erfunden hat und jetzt auch dafür sagt, dass es nach und nach umgesetzt wird. Immer mehr Regionalwert-Aktiengesellschaften sprießen aus dem Boden. Und gleichzeitig ist er auch dabei, quasi eine neue Bilanzierungsmethode, wenn man es sagen kann, ein neues Buchhaltungssystem für die Landwirtschaft zu entwickeln mit großen Geldgebern und Unternehmen zusammen. Und da sozusagen den Beitrag zum Gemeinwohl, den Landwirtschaft eben leistet und immer mehr auch leisten muss, einzuberechnen. Und genau, da freue ich mich auch, dass er uns das später vorstellen wird und seine damit verbundene Vision von einer anderen Landwirtschaft oder von einem anderen Umgang mit Landwirtschaft von der Gesellschaft aus. Genau, die drei werden also gleich ihre Visionen schildern, etwa eine halbe Stunde lang. Dann werden wir in kleinen Gruppen nochmal, in Dreier- oder Vierergruppen werdet ihr die Möglichkeit haben, einfach euch untereinander auszutauschen. Wo sind Fragen entstanden? Wo hattet ihr Blockaden, wo ihr es irgendwie nicht mehr nachvollziehen könnt, so eine Vision, wie würde das funktionieren? Oder vielleicht gibt es auch einfach Ergänzungen oder Kommentare von eurer Seite. Da würde ich euch bitten, dass ihr die in kleinen Gruppen sammelt und gesammelt mit einer Sprecherin oder einem Sprecher dann nachher ins Plenum tragt. Wir sind von fast 50 Teilnehmenden ausgegangen. Jetzt sind wir in eine kleinere Runde, was, glaube ich, auch ganz schön ist, weil wir dann mehr die Möglichkeit haben. Also da können wir ja mitreden. Genau, das war es von meiner Seite aus für den Einstieg. Dann würde ich mal an Ophelia übergeben, die erstmal mit ein paar Wachenmachern startet und dann in die Vision einsteigt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Hannah. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, euch zu sehen und würde auch eben einmal über die Vision reden. Wie kann Landwirtschaft und Ernährung in Zukunft sein? Landwirtschaft und Ernährung muss man ja auch immer zusammendenken. Ich würde aber auch versuchen, etwas auch auf die politische Seite einzugehen und dann habe ich ja tolle Nachreferenten und freue mich auch auf deren Vorträge. Und jetzt vielleicht eine Frage, wo ich auch denke, das weiß jeder und es ist aber doch nicht so, wie häufig bekommt eigentlich eine Kuh ein Kalb, wenn sie sozusagen eine Milchkuh isst. Und genau, sie bekommt einmal im Jahr ihr Kalb, manchmal kommt die Antwort einmal im Leben, alle drei Jahre. Nee, sie muss einmal im Jahr, dann geht die Milchkurve sozusagen hoch, dann gibt sie ungefähr neun Monate Milch, dann sechs Wochen trocken stehen, dann kommt das neue Kalb und dann geht es wieder neu los. Sie beginnt ungefähr mit zweieinhalb Jahren und die Kühe, die eine lange Lebenserwartung haben, können das auch zwölf, dreizehn Jahre machen, leider heutzutage oft nur vier, fünf Jahre. Und jetzt vielleicht eine Frage, die ich häufig auch stelle, die muss man mir nicht beantworten, aber zum Nachdenken, kann Deutschland sich allein ernähren? Da kommt dann oft tatsächlich, nö, wir importieren doch viel, tun wir übrigens. Und dann gucke ich immer nach England zum Beispiel, England hat 60 Prozent, ernährt sich selber, der Rest wird importiert. Gut, England ist auch ein bisschen Great Nation und macht das so. Und dann kann man zum Beispiel aber nach Israel gucken, ein Wüstenstaat. Und die haben 100 Prozent Selbstversorgung. Wir in Deutschland übrigens haben in vielen Bereichen, exportieren wir Fleisch und so weiter, aber wir importieren auch viel. Wir haben zum Beispiel leider nur 40 Prozent unserer Gemüse inländisch erzeugt. Vieles kommt aus Spanien und Italien, aber auch aus China und so weiter. Das mal nur vielleicht, um das zu wissen. Aber was mir an dieser Stelle sehr wichtig ist, wir sind hier in einem extrem klimatisch positiven Land. Ich meine, ich bin zwar hier aus Wuppertal zugeschaltet, wir hatten es jetzt nicht so lustig die letzten Tage, aber grundsätzlich klimatisch sehr ausgewogenes Land und ganz tolle Böden. Das heißt, es wäre für Deutschland überhaupt kein Problem, sich selbst zu ernähren, beziehungsweise man könnte es, kann auch Teile der Welt mit ernähren. Aber wie an China, wie an Israel zu sehen, auch Wüstenstaaten können sich selber ernähren. Und das ist auch vielleicht das, was ganz wichtig ist. Es liegt an uns Menschen, so wie wir Landwirtschaft und Ernährung betreiben, können wir uns gut und richtig ernähren. Und meine Vision ist von einer Landwirtschaft, die natürlich tiergerecht ist, die artenreich ist, die klimaschonend und klimaangepasst ist und vor allen Dingen, die gesund ist. Denn das Ziel jeder Landwirtschaft ist natürlich gesundes Essen auf unseren Tellern. Und so betreiben wir das halt im Moment nicht. Tobias wird nachher vom Weltacker berichten und wird eben auch darstellen, dass wir uns im Moment so ernähren, vor allen Dingen die westlichen Länder, dass wir eben mehrere Planeten meinen, zur Verfügung zu haben. Und das funktioniert natürlich auf Dauer nicht. Und da können wir aber, und das ist auch das, was, wenn man in die Politik geht, auf der einen Seite verzweifelt macht, auf der anderen Seite sehr positiv stimmt. Wir können es als Menschen wirklich anders und viel besser. Wir können gut Landwirtschaft betreiben. Wir können das klimaschonend machen. Wir können eine reiche Artenvielfalt haben und das machen. Und man stellt sich doch die Frage, und das finde ich eben spannend, dann auch hier in der Runde, wieso tun wir das eigentlich nicht? Die Landwirtschaft wird sich verändern in den nächsten Jahren, muss sich verändern in den nächsten Jahren. Und was ich aber in allen Diskussionen auch, wenn man gerade den technischen Ansatz nimmt, den ich jetzt gar nicht hier verurteilen möchte, aber Clean Meat ist sicherlich schon gehört worden oder künstliches Eigelb oder den Insektenburger und so weiter oder neues Getreide, gentechnisch verändertes und was auch immer man sich ausdenkt. Im Bewusstsein müssen wir alle haben. Wir greifen immer auf 12.000 Jahre Geschichte der Menschheit und sesshaftig werden der Menschheit zurück. Und jedes Korn, das neu gezüchtet wird, auch bei BASF, Bayer und Co., greift immer auf diese Urgeschichte, diese Zivilisationsleistung von uns Menschen zurück. Jedes Huhn, was neu gezüchtet wird. Und ich glaube, die Achtung dessen, was die Menschheit bisher geleistet hat und wo wir in Zukunft waren, das muss eben zusammengehen und Hand in Hand. Und das ist meine Vision, weil wir haben mittlerweile, ob das industriell erzeugte Hühner und so weiter sind, sie gehen auf die Haushühner zurück, die eben in tausenden von Jahren gezüchtet wurden. Und wenn wir diese alten Haustierrassen verlieren, verlieren wir unser genetisches Reservoir. Ja, jetzt vielleicht würde ich auch mit Blick auf die Zeit und dass meine Nachredner auch einige Konzepte sagen, wie man es dann eben gut machen kann. Vielleicht auch, wieso verhalten wir uns nicht so nach dem, wie wir es wollen. Und Hannah, du promovierst dazu ja auch. Das finde ich ja dann auch nochmal sehr spannend. Und dann gibt es ja in einem Punkt immer, ja, der Verbraucher soll es regeln. Der Verbraucher hat doch die Entscheidung. Wenn ich mir angucke, welche Gelder in die zum Beispiel Werbung von Verbrauchern geht, von Nahrungsmitteln, dann ist das größer als in Autoverbrauchs-Nahrungsmitteln, hat mir vor kurzem der AOK-Präventionsmediziner gesagt. Das heißt, die Lobbybranche der Ernährung ist sehr stark mit Werbemitteln daran, Menschen eben dahin zu, ich sage es jetzt mal böse, manipulieren, was sie essen und was auf ihre Teller kommt. Die Entscheidung des Verbrauchers ist also von einem starken Werbebudget einmal unterfüttert. Und die Versuche vieler Parteien und auch Politik, Produkte besser zu kennzeichnen, wie zum Beispiel tierische Produkte, wurde in den letzten Jahren von der Politik nicht forciert, sondern sogar unterdrückt. Also so, dass man wie beim Ei zum Beispiel erkennen kann, wie ist das Huhn gehalten und es auch einfach zu erkennen kann, haben tatsächlich die konservativen Parteien, kann man eben auch nachlesen, unterdrückt. Und deswegen ist das auch immer ein bisschen gemein zu sagen, lieber Verbraucher, du hast es ja in der Hand und du bist schuld. Das ist, glaube ich, das eine, dass wir sagen müssen, man muss viel mehr kennzeichnen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher eben auch entscheiden können, was sie wollen. Ein zweiter Punkt, der auch, glaube ich, sehr wichtig ist, ich fand es jetzt hier in der Umfrage, glaube ich, schon mal ganz klar. Wir sind extrem entfernt von dem, was wir täglich auf unserem Teller haben. Und das ist mit das Allerwichtigste. Das hält uns gesund und fit und trägt uns durch den Tag. Drei bis vier Mal am Tag essen wir alle. Und wir lernen dazu, weder in der Schule noch im Kindergarten dazu. Und wir üben auch nicht diese Techniken, obwohl wir mittlerweile Ganztags-Kitas und Schulen haben, so wie das ja früher war, wenn man dann noch bei den Eltern gegessen hat. Das heißt, es ist eine gesellschaftliche Aufklärung, nicht nur Mathe, Philosophie und all die anderen wichtigen Dinge zu lernen, sondern auch die Dinge des täglichen Lebens. Und wie hält das mich gesund und eben auch den Planeten? Denn das ist das Spannende. Das, was für mich persönlich gesund ist, für uns Menschen ist eben auch meistens für den Planeten gesund. Jeden Tag Fleisch ist nicht gesund. Und weder für den Planeten, für uns selber oder wenn man mehr Hülsenfrüchte isst, ist nachweislich extrem lebensverlängernd. Und der Boden freut sich, indem er eben auch Humus aufbauen kann. Also da hat man auch eine ganz schöne Parallele. Die meisten Gelder der gemeinsamen Agrarpolitik in Brüssel gehen in die Landwirtschaft. Das sind die Agrarsubventionen. Und trotzdem hat die Landwirtschaft ein extrem klimaschädliches Verhalten und auch die Artenvielfalt, die ja versucht wurde, durch Greening-Maßnahmen etwas zu verbessern, haben alle nichts gebracht. Das heißt, natürlich können wir Steuerzahler sagen, so geht das nicht weiter. Und leider sind auch die letzten Verhandlungen der gemeinsamen Agrarpolitik in Brüssel nicht so verlaufen, dass wir sagen, wir haben eine klimaschonende und artenreiche Landwirtschaft in Zukunft. Das ist dramatisch, denn wir haben jetzt die Decade of Transformation. Und wenn wir jetzt nicht handeln, kommen eben Kipppunkte, wie wir es ja jetzt hier in Wuppertal gesehen haben, die dann auch ein Stück weit nicht mehr umdrehbar sind. Das heißt, ein hoher Handlungsdruck ist natürlich da. Und dann würde ich vielleicht doch sagen, was aber neu in unserer Politik ist und wie man es lösen könnte, wenn denn auch sich die vernünftigen Kräfte durchsetzen, die übrigens auch in verschiedenen Lagern auch angekommen sind, was mir Hoffnung macht. Wenn wir Bäuerinnen und Bauern dazu, ja, dabei helfen wollen, dass sie sich eben ressourcenschonend die Dinge anbauen, dann geht das nicht über Verbots- oder wie man sagt, oder Ordnungsrecht oder sonstige Dinge, sondern wir müssen die Maßnahmen bezahlen dafür, dass sie das tun. Also wir müssen nicht bezahlen, dass zum Beispiel Humusaufbau, Humusaufbau bedeutet, der Boden speichert zum Beispiel auch klimaschädliche Gase, also es ist alles was, was wir wollen. Ja, jetzt kann man natürlich immer den Humus messen, total kompliziert und wissenschaftlich. Und außerdem, wenn jetzt ein Sturz- und Starkregenereignis hier ist, hier ist ein extremer Humusverlust. Das heißt, alle Bauern würden hier kein Geld kriegen, wenn sie dafür bezahlt werden. Nein, was wir hier bezahlen müssen oder generell in ganz Deutschland und vor allen Dingen Mecklenburg-Vorpommern, wo Tobias jetzt gleich sprechen wird, sind zum Beispiel Agroforst-Systeme, das heißt Möglichkeiten, dass die Felder geschützt werden, der Wind nicht drüber geht und so weiter. Also diese Maßnahmen, das Mist auf die Felder kommt für Humusaufbau, dass bestimmte Dünge- und Fruchtfolgen sind, das zum Beispiel muss bezahlt werden, also die Maßnahmen müssen bezahlt werden. Und das Gleiche gilt auch in der Tierhaltung. Es bringt nichts, einem Bauern zu sagen, okay, was übrigens in der Vergangenheit war, wir unterstützen den Stallbau, den Tierwohl gerechteren Stallbau mit 80 Prozent, wenn er für das Produkt, die Milch oder das Kilo Fleisch nichts verdient. Das bringt ihm nichts, dann muss er auch noch schulden und so weiter. Nein, wir müssen die Maßnahmen bezahlen. Das heißt, wenn der Bauer sagt, ich halte meine Schweine auf Stroh oder meine Schweine bekommen so und so viel Platz oder meine Schweine bekommen so und so viel Spielsachen, dann bekommt er dafür Geld. Oder wenn er sagt, ich tue meine Kühe auf die Weide, dann bekommt er für die Maßnahme Geld. Nicht, wie geht es erst mal dem Kuh und dem Schwein und so weiter. Das muss natürlich auch stimmen. Aber ganz wichtig ist in der Politik mittlerweile, dass wir die Maßnahmen, die Landwirte bereit sind und die eben auch Mehrarbeit bedeuten, dass wir die bezahlen. Und diese beiden Konzepte sind eben im letzten Jahr auch in der politischen Landschaft gelandet. Das ist einmal die Borchardt-Kommission, die zwei Jahre zur Tierhaltung gearbeitet hat. Und jetzt eben sehr spannend das Konzept der Zukunftskommission der Landwirtschaft, die jetzt ein Jahr getagt hat. Und die hat eben gezeigt, und damit möchte ich meinen Vortrag auch enden, das, was ich und wir alle, glaube ich, sagen, die Gesamtgesellschaft muss sich an den Tisch setzen. Und das war es da. Es waren die NGOs, also auch NABU, Greenpeace, BUND. Aber es waren die Bauernverbände, es waren Verbraucherverbände, es waren verschiedene Ernährungsverbände dabei. Und die haben sich hingesetzt und haben ein 180-seitiges Papier zusammengefasst und haben gesagt, so kann es gehen. Vielleicht nicht ganz so extrem, wie es sich die Naturschutzverbände wünschen, aber auf jeden Fall sehr klar in die Richtung, wie ich mir Landwirtschaft vorstelle. Eine Landwirtschaft, die wirklich ihre Ressourcen achtet und dann trotzdem wunderbar Lebensmittel erzeugt. Und damit will ich auch enden. Wir können Landwirtschaft, und das ist mir total wichtig, wir können Landwirtschaft sehr gut betreiben. Wir Menschen können das, und wir sehen viele Orte der Welt, wo das eben geht. Da ist ein Artenreichtum. Die Landwirtschaft gibt uns viel. Die Natur gibt uns viel. Und wenn wir das, ein Stück weit diese Gesetze achten, die Natur in einem agrarökologischen Gleichgewicht lassen, dann bekommen wir eigentlich das, was wir wollen. Und ja, das ist Aufgabe der Zukunft der nächsten 10, 20 Jahre, damit wir diesen schönen Planeten eben weiterhin so haben, wie es ist. Und ich konnte dieses Schöne eben erleben, sehr toll in Mecklenburg-Vorpommern, und die innerhalb von fünf Jahren, ich war da nämlich jetzt vor zwei Wochen in Roten-Klempenau, wirklich innerhalb von drei, vier Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange ihr seid, anfangt, das zu ändern. Und man merkt, wie die Natur sich bedankt für das, dass die Menschen sie so behandeln und wirklich wunderbare Lebensmittel erzeugen, die sehr gut schmecken. Und ja, mehr will ich gar nicht sagen, sondern bedanke mich jetzt erst mal für die Aufmerksamkeit. Ja, danke, Ophelia. Ich glaube, ich muss eigentlich nichts mehr zur Überleitung sagen. Du hast das schon sehr gut gemacht. Ja, ich komme total ins Grinsen, wenn du davon sprichst. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich sage nochmal, ich bin, was ich mache, Tobias Till-Kaie. Ich bin, wie schon angekündigt, in Roten-Klempenau aktiv. Ich bin Projektentwickler, Unternehmer, Künstler und ja, werde euch ein bisschen einführen in das, was wir dort oben tun und würde ganz gerne direkt übernehmen mit dem, was Ophelia vorhin auch angedeutet hat, auch mit dieser Eingangsfrage und zwar mit dem Stichwort vielleicht verbinden, Verbindungen, Beziehungen. Vielleicht nur ganz kurz vorweg, wer kennt die Bio-Boden-Gelassenschaft? Einmal vielleicht Hand geben, dass man das so, dann weiß ich nur ungefähr. Ja, vielleicht sage ich nochmal ganz kurz was dazu. Okay, also ich würde gerne mit einem Beispiel anfangen, was vielleicht deutlich macht, aus welcher Problematik wir her oder Herausforderung wir herkommen. Und zwar haben wir jeden Tag oder jede Woche mit Landkäufen zu tun und Verkäufen und oftmals, oder die Grundproblematik ist, dass der Landwirt Land pachtet und der Verpächter, der irgendwo Eigentümer ist und irgendwo in der Welt oder in der Stadt oder irgendwo sitzt, eben dieses Land verkaufen möchte, Gewinn bringt, weil man das so tut und der Landwirt eben nicht die Möglichkeit hat, aus eigenen Mitteln dieses Land zu kaufen oder geschweige denn auch als Jungland den Zugang zu diesem Land zu haben. Und was wir immer wieder merken, ist, dass wir auf der einen Seite jemanden haben, der irgendwo in der Stadt sitzt oder vielleicht sogar Student ist und irgendwas von der Oma geerbt hat und irgendwo Land hat, da aber noch nie war. Und der Landwirt selber denkt, ja, das ist irgendein Besitzer. Was kann ich denn da tun? Ich kann auf jeden Fall das nicht bezahlen, etc. Und wir machen häufig erstmal zunächst etwas, dass wir versuchen, den Landwirt und den Eigentümer zusammenzubringen. Und glücklicherweise, und ich finde, das ist ein sehr bezeichnendes Beispiel, passiert dann Folgendes manchmal. Der Eigentümer kommt zu dem Land und der Landwirt zeigt ihm die Arbeit, die er jeden Tag mit diesem Land tut. Und auf einmal sieht der Eigentümer, was tatsächlich eigentlich mit diesem Eigentümer passiert, wie wichtig die Arbeit dieses Landwirtes ist und am Ende kommt es dazu, dass er das Land nicht verkauft, ist weiter verpachtet und das Ganze ist gelöst, weil die zusammengefunden haben und man sich verbunden hat. Und damit will ich gerne zeigen, dass ich glaube, dass ein ganz zentraler Punkt ist, den wir in Roten Klempner, wo ich später noch zu kommen, versuchen zu leben. Vielleicht aber nochmal vorweg, ganz kurz, die Bio-Bodengenossenschaft setzt sich seit Gründung in 2015 dafür ein, dass eben Land aus dem Markt gekauft wird und für die ökologische Landwirtschaft zur Verfügung steht. Und demnach konnten wir jetzt bis in den letzten fünf Jahren über 70 Partnerhilfe sichern, beziehungsweise für Partnerhilfe Land sichern mit den Mitteln und auch da wieder der Mitglieder. Und Mitglieder bedeutet jedermann, der irgendwo meist in der Stadt sitzt und nicht eine direkte Beziehung zur Landwirtschaft hat, aber sagt, mir ist es einfach wichtig, dass wir eine ökologische Landwirtschaft, dass wir eine gute Landwirtschaft haben. Wir haben mittlerweile auch sogar sehr viele Babys, die Mitglied sind, weil eben die Großeltern sagen, ich möchte, dass mein Enkelkind noch mal ein bisschen ein Stück gesunden Boden hat. Das heißt, über 300, 400 Babys sind bei uns Mitglied in der Voraussicht, dass wir dementsprechend pro Mitglied dann hoffentlich 2000 Quadratmeter in Zukunft auch fruchtbaren Boden weiter erhalten können. Und das schöne Bild, was Bio-Boden als Geschichte für mich eben auch bedeutet, ist, dass wir eben eine rein sinngetriebene Gemeinschaftsaktion machen, indem wir sagen, ich übernehme Verantwortung für nämlich das Stück, was mir zugeteilt werden würde, wenn wir den kompletten Acker auf der Welt aufteilen würden, das wären 2000 Quadratmeter. Und da kann ich drei Anteile kaufen, wo ich rechnerisch quasi diese 2000 Quadratmeter einem Landbild zur Verfügung stelle, der die nachhaltig bewirtschaftet. Und jetzt sind das aber alles Zahlen und Theorien und es ist irgendwo das, was wir eigentlich schon auch, wenn ich jetzt mal diese ganzen Symposiums und Konferenzen zurückblicke, der letzten 10 oder 20 Jahre, die ich auch mitgemacht habe, wir wissen unglaublich viel, wir erzählen uns das immer alle gegenseitig und da entstehen auch wieder neue Impulse draus, aber letztendlich, was passiert denn wirklich da draußen? Und um das tatsächlich aus der Ratio und aus dem Kopf in ein Fühlen und in ein Sehen und in eine Haptik zu bringen, gibt es ein wunderschönes Projekt, das nennt sich Weltacker, der von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft ins Leben gerufen wurde, der GLS Treuern und welcher in neun Ländern der Welt existiert und unter anderem auch für uns als die Bodengenossenschaft, die eine vielfältige ökologische Landwirtschaft wollen, aber Achtung, die sozial eingebunden und regional verankert ist. Und mit diesen zwei Aspekten sind wir in the middle of nowhere in 230 Seelendorf in Roten Klempen dort gelandet und es war klar, dass wir dort einmal die Landwirtschaft öffnen, den Hof überhaupt wieder aufmachen, nicht nur die LKWs marktorientiert rein und raus zu fahren, je nachdem, wie der Preis gerade ist, sondern tatsächlich auch ein Ort zu sein, den diese Kultur dort, also den das Dorf vorher als Mittelpunkt hatte und auch für das gesamte Dorf ein Arbeitgeber war, nicht nur für den landwirtschaftlichen Beruf, sondern auch für die Schreinerei und für den Schlosser und für die diverseste Fachkräfte und Fachberufe. So haben wir einen Hofladen auch gemacht, wir haben angefangen, eine Gärtnerei jetzt seit 2018 zu betreiben, das heißt auch wieder Gemüse vor Ort zu produzieren und eben für Lebensmittel für die Menschen vor Ort zu produzieren, aus eben eigentlich bevorstehenden, also zuvor betriebenen Höfen, die als ehemalige LPGs mit tausenden von Hektern reine Produktionsbetriebe für eben, ich sag mal, den großen Markt waren. Der Weltacker hat sich dann seit 2017 so entwickelt, dass er zum Dreh- und Angelpunkt wurde für sämtliche Kooperationen und neuen Impulse, die wir in Rot und Klemmen vorgehen lassen haben, nicht nur mit als Bildungsfeld mal zu sehen, wie ist denn, wie groß sind denn meine 2000 Quadratmeter, sondern auch zu rechnen, wenn ich einen Schnitzel mit Pommes esse, dann brauche ich eben zweieinhalb Quadratmeter, wenn ich aber nur einen Salat esse, dann brauche ich nur 0,5 Quadratmeter. Also all diese Beispiele kann man dort lernen, aber der Weltacker ist zu etwas anderem auch noch bei uns gut und zwar nämlich dafür, dass wir es auch als Dialogfeld nutzen, um ganz regional, um die Lösung, über die Lösung zu sprechen, die wir in dieser ganz konkreten Landschaft in und um Rot und Klemmen nur brauchen. Und ich glaube, dass, wenn wir jetzt über Zukunftsvisionen sprechen, ist genau den Ansatz, den wir aus meiner Hinsicht auch nicht immer wieder spüre, es geht um jeden Einzelnen von uns, was wir in unserem Eukos, in unserem Haushalt, in unserem persönlichen Umfeld, in unserem Ökosystem tatsächlich machen und bewirken wollen. Es geht um jeden Einzelnen von uns, wie wir auf unseren, und zwar den liebevoll geführten Haushalt, den, wo wir im Grunde genommen eigentlich von Kultur sprechen und von Liebevolligkeit und von einer Gesellschaft, die wir vielleicht wollen. Daheraus mit Boden zu arbeiten und daheraus mit Pflanzen und mit der Natur zu arbeiten, bringt uns in ein viel ganzheitlicheres Bild der Betrachtung. Und zwar nicht nur, und ich glaube, das wird auch die Politik in Zukunft beschäftigen müssen, mit dem Ressort Landwirtschaft und Naturschutz und Ökonomie und Wasserwirtschaft und was auch immer, sondern wir haben mit dem Weltacker auch unterschiedliche Dialogformate geschaffen, zum Beispiel den Landschaftsspaziergang, wo wir mit dem Landwirt, mit dem Trinkwasserverband, mit dem Boden- und Entwässerungsgräbenverband, mit den einzelnen Menschen in die Landschaft gehen und über diese konkrete Landschaft sprechen und auf einmal merken, dass der Trinkwasserverband mit dem Landwirt, mit dem Bürgermeister und mit den Mineralquellen unglaublich viel sich zu sagen haben. Was sie aber nicht tun, weil wir tatsächlich aus unserem bisherigen und aus unserer Historie heraus einfach uns daran gewöhnt haben, immer mehr uns zu individualisieren und in unserer eigenen Blase zu denken und im eigenen Ressort die Dinge zu verhandeln. Und deswegen, ich habe jetzt kein Zeitgefühl gehabt, aber ich will gerne mit einem Satz enden, den ich hier in Portugal gelernt habe, mit einem Kooperationsprojekt hier, wo wir im Grunde genommen jetzt in den nächsten Schritt gehen, Stipendien auszuschreiben für Menschen, die begeistert sind, die sich schon reingearbeitet haben in irgendein Thema und das weiter vertiefen und vor allen Dingen einzelne Orte und Akteure helfen wollen, diese Transformation weiter nach vorne zu bringen. Auf einem gesunden Boden wächst eine gesunde Gesellschaft und ich glaube, das ist sehr bezeichnend, was ich hier von einem Permakulturgärtner mitnehmen durfte und ich euch hier gerne und Ihnen gerne mit auf den Weg gehen würde. Vielen Dank und jetzt gebe ich weiter an den Mann, der für mich auf jeden Fall immer wieder ein Beispiel ist, dass ich sagen kann, Leute, wir müssen komplett unsere Ökonomie über den Haufen werfen und neu denken, beziehungsweise neue Möglichkeiten überhaupt der Erfassung von dem, was Wertigkeit bedeutet, nachgehen und Christian His hat schon jetzt seit eh und je da die neuen Impulse in dieser Richtung gegeben und ich bin sehr froh, an dich weitergeben zu dürfen und dass wir hier zusammen auf dem Podium sind. Danke. Vielen Dank, Tobias. Sollt ihr gleich weitermachen, Hanna? Am besten, oder? Ja. Ja, vielen Dank. Erstens für die Einladung, zweitens auch für die Vorschusslorbeeren und die Dorbeeren. Ja, mein Name ist, also ich trage sehr gerne bei zu dieser Runde und freue mich sehr über die Einladung und auch, dass ich mit Ophelia und mit Tobias da zusammen beitragen darf. Und ja, mein Name ist Christian His, ich komme aus dem Südwesten Deutschlands, aus der Nähe von Freiburg am Kaiserstuhl, Eichstetten am Kaiserstuhl, die Wiege des Ökolandbaus in Deutschland. Mein Vater hat 1950 mit biologisch-dynamischem Landbau angefangen und den Betrieb umgestellt. Auch interessant, immer wieder für junge Leute, er hat die Idee des ökologischen Landbaus aus englischer Kriegsgefangenschaft mit in das Dorf gebracht. Sir Albert Howard war ein englischer Agrarökonom, der schon um die vorletzte Jahrhundertwende in Indien über Bodenfurchtbarkeit geforscht hat. Und das hat ihn beeindruckt. Es haben gleich ein paar Kollegen in diesem kleinen Dorf mit 3000 Einwohnern im Südwesten an der französisch-schweizer Grenze mit umgestellt. Wir hatten 1960 acht Demeter-Betriebe bei uns im Dorf. Das war bundesweit einmalig und in dieser Häufigkeit. Und ich bin eben da in dieser biologisch-dynamischen Landwirtschaft aufgewachsen, habe sehr jung, mit 21 Jahren einen eigenen Betrieb begründet, eine Gemüsegärtnerei, habe die aufgebaut und habe in den 90er Jahren sehr viel, sehr vielfältig gearbeitet. Ich hatte immer das Leitbild des landwirtschaftlichen Organismus, des Hoforganismus. Ich habe einen Stall gebaut, ich habe übrigens 70 verschiedene Gemüse angebaut. Ich habe 1992 begonnen mit eigenem Saatgut zu vermehren und habe die Gingheimer Saatgut AG mit aufgebaut. Ich habe ausgebildet, habe direkt vom Markt, habe große pädagogische Projekte gemacht und habe dann gemerkt, so Ende der 90er Jahre, schafft das alles nicht mehr im Familienbetrieb, auch mit Mitarbeitern und Arbeitsteilung im Betrieb und trotzdem, es ging einfach nicht mehr. diese Vielfalt, die an sich sinnvoll ist, so einen Organismus aufzubauen im Betrieb, wo alle Bereiche aufeinander aufbauen, übrigens auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Ich komme auch noch ein bisschen aus der alten bäuerlichen Ökonomie, habe das noch mitbekommen, hier im Dorf, die alte bäuerliche Ökonomie war eine Selbstversorgerökonomie, eine Subsistenzwirtschaft, die als ökonomischen Zweck hatte, die Menschen einer Familie, einer sozialen Einheit, Familie zu versorgen und nicht den Markt zu bedienen. Markt war, zum Markt ging man mit den Produkten, die übrig waren, auf gewisse Weise, wenn die eigenen Menschen versorgt waren. Und das war für mich immer auch Leitbild. Und ja, wenn man dann mal 70 Gemüse anbaut und von 30 Gemüse eigene Saatgut macht und 10 Gemüse-Sorten auch noch züchtet, dann kommt man irgendwo auch an die Grenze und dann noch einen Stall bauen und Hunderte von Schülern auf dem Hof haben, Käserei betreiben, das ging nicht mehr. Und trotzdem wollte ich nicht spezialisieren. Spezialisierung mir sozusagen aus betriebswirtschaftlichen Gründen, nicht aus ideellen Gründen, sondern aus betriebswirtschaftlichen Gründen, konträr gegen meine Überzeugung. Und das war vor 20 Jahren. Also da war es relativ einsam, außer Kolleginnen und Kollegen, die das auch gesehen haben, aber auch Demeter-Kollegen und vor allem Bio-Kollegen haben immer gesagt, ja, aber Biolandbau muss sich rechnen. Und ich habe immer gefragt, aber nach welcher Rechnung? Was ist die Rechnung? Und das war so eine Kardinalkritik vor 20 Jahren schon an meiner Bio-Bewegung, die ich ja mit aufgebaut habe im letzten Jahrhundert, so eine Kardinalkritik, dass zwar ökologisiert wurde und viele, viele tolle Projekte gemacht wurden und echt einen Fortschritt erzielt wurden im ökologischen und aber eben betriebswirtschaftlichen und in der Ökonomie haben wir nichts erreicht. Und das haben wir auch gar nicht sozusagen, sind wir gar nicht angegangen, die Ökonomie an sich zu erweitern, so wie wir Landwirtschaft erweitert haben und Landwirtschaft erweitert betrachtet haben, aber die Ökonomie haben wir übernommen. Und das bedeutet auch ganz banal, die Buchhaltungsprogramme und die Buchhaltungssystematik und die Finanzierungssystematik im Betrieb haben wir übernommen aus dem Konventionellen. Und dann haben wir uns gewundert, dass sich die Betriebe immer mehr industrialisieren, auch die Bio-Betriebe spezialisieren. Und ich habe dann darüber gearbeitet, darüber geforscht und habe versucht, den entscheidenden Treiber zu finden, den entscheidenden Treiber zu finden, was uns Betriebe, ich komme aus dem Blickwinkel des Betriebs, uns die Betriebe immer zwingend. Ja, ich hatte ganz tolle Konsumentinnen, Konsumenten in Freiburg und auch die Gesellschaft an sich um mich herum, ich habe ja diese Debatten immer mitgeführt, die wollten immer gemeinsam eine andere Landwirtschaft, schon vor 20 Jahren, das ist keine neue Errungenschaft, es werden zum Glück immer mehr Menschen, aber man wollte damals schon eine andere Landwirtschaft und trotzdem ging es und geht bis heute in eine Richtung, die wir nicht wollen. Und das, da habe ich versucht, den entscheidenden Treiber zu finden und habe dann vor zehn Jahren Wissenschaftler darüber gearbeitet, habe nochmal ein Studium gemacht, nebenbei und habe herausgearbeitet, dass der entscheidende, ja, bleibt dabei, der entscheidende Treiber für die Industrialisierung der Landwirtschaft, die Übernahme der Buchhaltungs- und Bilanzierungsmethoden und Systematik aus der Industrie in die Landwirtschaft ist. Und habe dann die These aufgestellt, wenn wir eine andere Buchhaltung- und Bilanzierungsmethode haben, die wesentlich mehr Wertigkeiten mit einbezieht und nicht nur immer auf dem Aufwand, auf der Aufwandseite noch bilanziert, dann bekommen wir automatisch quasi eine andere Landwirtschaft. Mit dieser These bin ich noch seit zehn Jahren unterwegs, das ist das eine Thema. Nochmal zurück zur Regionalwirt AG. Wir haben dann gesagt, also was ist sozusagen der dritte Weg zwischen Spezialisierung und zwischen Vielfalt im eigenen Betrieb? Dann haben wir gesagt, regionale Wertschöpfungsräume, wo es ganz viele Betriebe gibt entlang der Wertschöpfungskette, also Saatbrot, Züchtlinge, Vermehrung, Viehhaltung mit Kompostierung, Gemüsebau, Obstbau, aber dann natürlich auch Vermarktung, das heißt Bioläden, Großhändler, Bearbeitungsbetriebe, die dann eine Vielzahl von Betrieben, die netzwertartig zusammenarbeiten. Und da das vor 20 Jahren nicht finanzierbar war, vor allem nicht mit diesen Zielen, ökologisch-sozialen Zielen, haben wir gefragt, wer könnte da ein Interesse haben und sind draufgekommen, dass es genügend, oder wir haben die These aufgestellt, dass es genügend vernünftige Menschen gibt, die da rein investieren würden, in so Betriebe und so ein Netzwerk und haben dann die Aktiengesellschaft gewählt als Form, als Crowdfunding-Form, könnte man sagen, so wie Tobias, dann die Gelössenschaft gewählt, dann haben wir die Aktiengesellschaft gewählt, kann jetzt in der Kürze der Zeit noch tiefer drauf eingehen, warum, und haben dann den Namen Regionalwert AG gegeben, geben Aktien aus, eine Aktie kostet 500 Euro und das Geld investieren wir dann in kleine Betriebe der gesamten Wertschöpfungskette, Land, ökologische Land- und Ernährungswirtschaft. Jetzt haben wir ein paar Produktionsbetriebe, Gemüse, Obst und so weiter, wir haben aber auch Bio-Läden, wir haben ein Restaurant, was außerhalb von Corona wahnsinnig läuft, in der Stadt und eine enorme Nachfrage ausübt auf die Produktionsbetriebe. Wir bauen jetzt eine Großküche für Schulessen, die 10.000 Schulessen pro Tag liefern kann und so weiter. So bauen wir so ein Netzwerk auf und wir sagen, wir bauen einen regionalen Wertschöpfungsraum auf und der ökonomische Zweck ist die Versorgungssicherheit in der Region, Ernährungssouveränität. Das ist der oberste Wert und das sozusagen ist Leitbild. Und dann braucht man dazu viel Geld und so wie ein landwirtschaftlicher Betrieb für die ganzen Maßnahmen, die Ophelia gerade eben gesagt hat, immer Aufwand und Kosten hat, so braucht man dafür Geld. Und wir haben gesagt, vor 15 Jahren bei der Gründung der ersten Regionalwehr AG, dass die Aktionärinnen und Aktionäre, die hier rein investieren, dass wir denen, die sozialen und ökologischen Leistungen der Betriebe, in die sie investiert haben, ganz genau berichten, sehr detailliert berichten. Und sie haben dann die These aufgestellt, wenn wir genau berichten, welche Leistungen gebracht wurden und was sie gekostet haben, diese Leistungen, also für Ausbildung, für Bodenfruchtbarkeit, für Biodiversität, für Versorgungssicherheit, dass sie dann, dass diese Aktionäre rein aus der Vernunft und auch aus ihrer ökonomischen Vernunft da mitgehen, auch wenn Geld sozusagen verloren geht, auf eine gewisse Art. Und wir haben jetzt 15 Jahre hinter uns in Freiburg, haben über 4 Millionen Euro eingesammelt, haben dafür, haben einen Verlustvortrag, sind ja viele Ökonomin, Ökonomen bei uns hier, haben aber einen Verlustvortrag von 1,5 Millionen Euro und die Leute stimmen trotzdem zu in der Hauptversammlung bisher, weil sie eben sehen, es ist Vermögen aufgebaut worden. Es ist Bodenfruchtbarkeit als Betriebsvermögen aufgebaut worden. Es gibt, wir setzen 75 Prozent Samenfiss-Sorten ein, es sind Dutzende von Lehrlingen ausgebildet worden und so weiter. Und diese Denker, richtig rechnen in die Landwirtschaft, hat ein kleines Buch herausgegeben, kommt eben aus dieser Auseinandersetzung, dass wir falsch bilanzieren. Wir haben quasi jetzt schon auf der Basis einer alten, sagst du mal falschen Bilanzierung, eine neue Bilanzierung aufgebaut, indem wir eben die Menschen fragen, ist es euch das wert? Und diese Herangehensweise, dass Nachhaltigkeit in die Bilanz muss, Herr Sachs ist wörtlich verkürzt, dass Nachhaltigkeit in die Bilanz von Unternehmen rein muss, sowohl die Risikoseite, wie auch die Leistungssseite, das hat dann eben SAP beeindruckt, vor vier Jahren, ihr müsst, also diese Softwarefirma, und ihr müsst euch klar machen, SAP ist weltweit größter Anbieter von Buchhaltungs- und Bilanzierungssoftware für Unternehmen. 80 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft läuft über SAP-Software-Buchhaltungsprogramme und wir sind vor drei Jahren in ein gemeinsames Projekt reingestiegen und wir haben quasi die Methode, die ich entwickelt habe, für die Landwirtschaft, richtig rechnen in der Landwirtschaft, anders bilanzieren, jetzt übertragen. Oder wir sind dabei, also prototypisch haben wir es übertragen in SAP-Software und die entwickeln jetzt weiter und man kann davon ausgehen, dass in fünf Jahren SAP-Software erlaubt, Nachhaltigkeitsrisiken, Nachhaltigkeitsleistungen in der Bilanz von Unternehmen abzubilden, wiederzugeben. Das hat mit Landwirtschaft nicht mehr viel zu tun, weil SAP nicht in der Landwirtschaft unterwegs ist, aber wir haben dann auch eigene Methoden und eigene Instrumente gebaut, die Regionalwerbeleistungsrechnung für die Landwirtschaft, kann jeder Landwirtschaft und Betrieb in Deutschland anwenden und kann da diese Leistungen, wie Ophelia gesagt hat, diese Leistungen erfassen, 150 Leistungen aus dem sozialen, ökologischen, regionalökonomischen und kann denen ein Geldwert geben. Und somit haben wir zehn Jahre vorgearbeitet, Ophelia, was jetzt dann die Politik, du hast die Zukunftskommission erwähnt, wir sind da auch viermal erwähnt als Regionalwert, das hat mir schon einigermaßen auch, ja, wie soll das sagen, gefreut, gelinde gesagt, dass wir da tatsächlich genannt werden als Beispiel, als Vorbild eben auch zu dieser Leistungserfassung und sind jetzt dabei, das in Praxis und in Politik und Gesellschaft einzubringen und wenn es gut geht, wenn es gut läuft, im Moment sieht es gut aus, dann könnten wir es schaffen, dass die EU, dass die GAP-Mittel ab 2000, was ist es, 28 oder 29 oder so weiter, nach Leistungen vergeben werden und nicht mehr nach Fläche. Vielleicht so viel von mir. Ja, vielen Dank für das Interesse. Dafür müssen wir alle wählen gehen. Bitte, Tobias, bitte. Dafür müssen wir alle wählen gehen. Ja. Keine Wahlkampf-Handschaltung hier. Aber ja, es ist bald Bundestagswahl. Nee. Genau. Ja, dankeschön. Ich glaube, es greift alles ineinander und ich glaube auch, wie ihr miteinander umgegangen seid. Jetzt werden es Workshops bei irgendeinem Selbstläufer und man sieht, wie ihr zusammenarbeitet schon, um das möglich zu machen. Auf verschiedenen Ebenen. Also genau, wir haben jetzt einerseits die politische Seite sozusagen von Ophelia ein bisschen abgedeckt. Wir brauchen hier eine Transparenz, eine Kennzeichnung, dann aber auch eine andere Gelderverteilung, neue Akkoforstmodelle und auf jeden Fall Bildungsarbeit. Tobias hat an der Bildungsarbeit mit angeknüpft, mit seinem Weltacker. Aber da geht es auch viel, glaube ich, was ihr macht, um einfach neue Dialogforen anzubieten und wieder eine Beziehung herzustellen zwischen Eigentum und Landwirtschaft und die Landwirtschaft wieder als auch Kommunikationsort und nicht nur als Produktionsort für den Markt zu etablieren und eben auch den Ansatz, Boden nicht mehr als Produkt zu sehen, das man einfach weiterverkaufen soll, sondern eben als Gemeingut zu organisieren, über die Gemeinschaft finanziert. Und Christian Hess dann eben noch mal mit den regionalen Wertschöpfungsräumen wieder eine Beziehung zur Region herzustellen und zwischen den einzelnen Produzierenden, aber auch Konsumierenden hier wieder eine Beziehung stärker aufzustellen und eben anders zu bilanzieren. Und da schließt sich ja dann der Kreis wieder zum Politischen, die diese andere Bilanzierung dann eben auch finanzieren muss für die Gemeinschaft, die eben davon profitiert. Vielen Dank.